Ich bin Kilian, ich bin 32 Jahre alt und bin Softwareentwickler. Und ich reise viel und gehe in der Freizeit auch gerne klettern. Ich finde es generell ein innovatives System, weil es alle Funktionen zur Überwachung des Eigenheims in einem Gerät vereint. Was auch noch online ist, es gibt mir ein sicheres Gefühl, weil ich jederzeit darauf reagieren kann und zum Beispiel die Polizei verständigen kann. Ich bin nach der Arbeit kurz nach Hause gekommen, um meine Sportsachen zu packen, um dann zum Klettern zu gehen. Und habe gemerkt, die Tür ist zweimal verriegelt. Als ich dann auf das Eintreffen der Polizei gewartet habe, habe ich die Aufnahmen gefunden in meiner Timeline und habe dann direkt die Aufnahmen auch der Polizei gegeben. Normalerweise hast du so viele Stereotypen von Einbrechern im Kopf. Und mir hat es eigentlich geholfen zu sehen, dass das auch ein ganz normaler Mensch ist. Es ist dann nicht so ein Unbekannter, der in deiner Wohnung war, sondern du siehst, okay, es ist ein Mann, ein ganz normaler Mann. Und das hilft irgendwie, also hat mir geholfen. Ich reise unglaublich viel und bin auch sonst viel unterwegs. Und für mich ist es toll zu wissen, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Und das gibt mir die Freiheit, mich auf die Dinge zu fokussieren, die mir Spass machen und die mir wichtig sind im Leben.